Herzlich Willkommen auf meinem Kanal beim BFX Tiger Lifetime. Ich filme heute die MRL Uciana Rechnung. Wir rechnen heute nicht mit Wetteränderungen. Es bleibt trocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Achtung! Achtung! Okay, alles klar. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,8 Sekunden. Achtung! Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen. Die Batterie ist gut geladen. Die Batterie ist gut geladen. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Energie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen. Die Batterie ist gut geladen, dann lösen wir den ERS-Einsatz. Die Batterie ist gut geladen. 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 Die Batterie Quellen ist gut geladen, dann lösen wir diese Merde perี่iden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Um etwa 5 Minuten kommen wir mit dem Benzin noch raus. Um der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,0 Sekunden. Und dust den Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,0 Sekunden. Um runter durch zu auf der An pumpo wird. Um runter zu brennen, um herauszufinden. Um runter zu 10 Minuten noch»,. Um runter zu 30 Minuten. Um runter zu 1,0-0-0. Um runter zu 38,0-0. Um runter zu 40,0-0. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,9 Sekunden. Du fährst pro Runde um etwa 2 Zettel zurück. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 13 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,2. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 6,4 Sekunden. Das Benzinplanziel ist Plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Wir brauchen wieder Energie. Reduziere den EAS-Eintritt. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Blaue Flagge. Blaue Flagge. Mach den Fahrer hinter dir Platz zum Oberholen. Alter! Alter! Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ja, meine Leute, das war die MRL. Das war die MRL. Wesenlich Zusatz-Stream. Und das, was jetzt gerade eben Schnatzen gemacht hat, fand ich nicht in Ordnung. Das fand ich echt nicht in Ordnung, aber egal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer BPX Tiger.